Du meinst, was ich tue, ist nicht wichtig. Wenn ich ein Junge wäre, würdest du mich ernst nehmen. Jungs haben es besser. Die müssen nicht um 10 Uhr schon zu Hause sein. Du musst am Ball bleiben bei den Jungs. Mach ich doch. Und nun musst du an deine geheimsten, tiefsten Wünsche denken. Als das ersehnte Wunder endlich eintraf, fing für Millie der Spaß erst richtig an. Und gestern Nacht war sie noch ein Mädchen. Und heute Morgen? Aus Millie wurde Willi. Das ist das Ding von einem Jungen, Stefanie. Kannst du damit auf... Ich weiß nicht, ich bin aufgewacht und es war da. Mrs. Nice, man. Millie hat eine... Überraschung. Guten Morgen, mein Sohn. Um ein Mann zu werden, Willi, braucht man eine gewisse Aggressivität. Ich muss lernen zu siegen und hart zu werden. Unabhängigkeit. Willst du an meinem Tutsi nuckeln? Und Überlegenheit. Eine total verrückte Komödie um die natürlichste Sache der Welt. Willi Millie. Hallo, Big Boy. Hängt der richtig? Ciao.